Ich bin Kea Kühnel, 28 Jahre alt und Freeskierin in den Disziplinen Slopestyle und Big Air. Ich studiere Chinesisch in München und Wirtschaftsprüfung in Innsbruck. Ich konnte in dieser Saison den dritten Platz in der Weltcup-Gesamtwertung im Big Air beschreiten und darf mich heute zu der ersten Winter-Olympionikin des Landes Bremen zählen. Was mich besonders stolz macht in meinem Studienverlauf, ist, dass ich durch den Leistungssport lerne, mit Niederlagen umzugehen und mit besonders viel Ehrgeiz, Ausdauer und Disziplin meine zwei verschiedenen Studiengänge in zwei verschiedenen Ländern zu bewältigen. Okay, es ist nur Bayern und Österreich. Das Deutsche Bankensportstipendium war während meiner Olympiasaison einer meiner größten finanziellen Hilfestellungen und hat dazu natürlich einen großen Beitrag geleistet, dass ich überhaupt meinen olympischen Traum verwirklichen konnte. Ich denke, dass noch bis jetzt kein Wintersportler Sportstipendiat des Jahres war. Und ich denke auch, dass dadurch unsere Sportart, die bisher noch als Underground-Sportart bekannt ist, einfach eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen wird es jetzt Zeit. Wenn ihr wollt, dass ich Sportstipendiat des Jahres 2019 werde, dann benutzt einfach meinen persönlichen Hashtag Sportstipendiat 2019, KEA, in euren sozialen Netzwerken. Dann bis bald!